heavy du hast das schild rechts davon gemacht also von der kiste oder rechts oben wir haben wir haben auf dem anderen server haben wir es auf der anderen seite so die sonne geht auf tut sie das und hier sind schon wieder hühner was mache ich denn ich bin für stahltüren lager anstatt meiner holztür da also keine holztür meine zum lager da ist doch wenn du bei mir aus dem haus raus gehst du weißt drüben an dem pass so ja da ja ja macht aber von beiden seiten druckplatten ihr habt doch sicherlich noch gravel oder nicht für dich ich glaube irgendwo in meinen kisten ja das steigen okay ich glaube die von letzten alle hier wo bist du kommt da nicht irgend Eben hier. Achso, ja. Nö. Okay, ich bin ja nicht der einzige, der das interessant findet. Jo, danke, danke. Das kriegst du wieder. Naja. Na, Creeper? So. Wasser reicht genau vier Blöcke, ne? Ja. Und wieder ein Loch im Boot. So. Hello. Was ist? Wasser reicht vier Blöcke, ne? Ja. Was? Nein. Schwimmen wir also fließtechnisch? Ne, ne. Zum Ernten. Also zum Bewässern. Achso, ja. Ja. Und fließen tut's sieben und bei acht fällts runter, richtig? Ja. Okay. Also sieben, der achte ist schon die Quelle. Eins plus sieben quasi. Ja, genau. Am neunten wird's nicht mehr runtergehen. So. Ja. Ja. Ja, Lehtischt. Meine Hundehüte. Und wehe, mich knurrt so'n Biest an. Ja, das knurrt mich selbst auch anders viel, von daher. Und noch viel mehr wehe, der greift mich an. Dann klatsche ich ihn um. Mach's uns kaputt. Hey, ich hab dir extra ne Hundehüte gebaut, dass der da draußen ist. So. Jetzt klau ich mir zwei Diamanten und mach mir endlich ein Schwert. Das könnte schwierig werden. Wieso? Ich hab keine Diamanten. Nein. Ja, ich seh's. Ich hab erstmal von Smaragden kein Diamant ihr Schwert bauen kann. Oder ähm, Smaragdenschwert bauen oder so. Oh. Oh. Da muss ich mir jetzt mal Silber klauen, dann mach ich wenigstens ein Silberspett raus. Aber keinen verzaubert ist. So. Gut. Was ist mit dir los, Swain? Nix zu tun gerade. Oh. Oh. Oh, ein Auftrag, um etwas zu bauen. Ja komm, lehr die Kisten und tut die umfüllen. Nö, das will ich ja nicht machen. Hol mir Erde. Nein. Da hast du auch nix zu tun. Ich rede ja nicht von irgendwelchen Niederarbeit, sondern von... Waves hat noch gar nichts gemacht, diese Aufnahme. Was? Echt wahr. Was? Ich war farmen und bin grad dabei Level 30 zu werden, um was verzaubern zu können. Was hast du denn? Was? Fast ein Stack Eisen. Uh, kein Diamanten? Nö. Schlecht. Schlecht. Noob. Toch? Ja? Halt's mal. Ey. So, ähm... Swain? Ja. Wie macht der Zug? Noob, noob. Ah ja. So, ich bring jetzt Level 30. Jetzt geht's ab. Toll. Erstmal Waves klatscht und gegen... Hast mir ein paar Diamant mitgebracht? Damit ich mir endlich mal ne Diamantenspizza gebauen kann. Waves ist sehr froh, dass ihr uns nicht fragt nach Diamanten. Ja, ich hab ja grad Waves gefragt, ne? Wir haben welche. Aber der ignoriert mich ja hier vollkommen. Nee, der gar nicht. So. Warte, der da auch gerade. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Ich würd's ja sagen, wenn der Koch nicht die ganze Zeit reden würde und ich ihn dauernd unterbrechen müsste. Ich... Genau. Ich farme. Ah ja. Das hast du doch vorhin schon gesagt, dass du farmst. Naja. Echt mal. Aber ich weiß, Swain hört nie zu. Stimmt's, Swain? Ja, ja. Siehste? Ja, ja. Ich hab's mal gehört. Ja, ja. Schaut mal WhatsApp übrigens. Ja, geht nicht. Mein Handy liegt drüben. Ach. Gibt's doch wohl nicht. Klar. Siehste doch. Sehr auch von Holz. Übrigens, Jan, du bist ja Farmen, ne? Ich bin Farmen, ja. Warum wollen wir nicht erstmal die Kisten hier... äh... Kissen, hm? Kissen? Die Kisten nicht erstmal hier alle so weit umlagern und machen und mehr? Weil, äh... Keine Lust. Erzähl. Keine Lust hat er. Die Form des Mondes mir nicht gefiel. Ah ja. Dann mach ich jetzt hier mal so bisschen... bla und blubbern. Wer es gefällt dir dann nicht, dann... dann, dann, dann. Wer das verzauberte Schwert wird jetzt scheiße. Wir müssen hier irgendwo ein Kohleding? Ja, ja. Scheiß Schwert. Was hast du bekommen? Na, was hast du? Nur Schärfe 4. Besser als Bane of Atropos. Na, wen darf ich's testen? Nein. Wo bist du? Haha. Alter, ja. Ich melde mich ja immer freiwillig, ne? Ja, genau. Ist klar. Sicher. Ich hab auch ein Schärfe 4 Schwert. Können testen. Du sollst ja nicht zurückschlagen. Er will das Schwert an dir testen. Hör doch mal zu, Mensch. Am Arsch. Dann teste ich mit meinem zurück. Ach, Mann. Was mach ich denn? Oh. So, das wollte ich machen. Ach, was? Ach, ich bin so dumm, ne? Ich bin einfach nicht gebacken, hier so ein Schild herzustellen. Jetzt. Ach. Darf ich an dir testen, Genie? Nein. Welches Level bist du? 31. Okay. Okay. So, ich wollte jetzt hier noch eine Kurve machen. Gut. Oh, ich brauche immer noch mehr Erde. So, so, so. Gut, das habe ich jetzt hier anlegt. Bei den Eisen, Eisenbox, da tue ich auch die Eisenblöcke rein, ne? Ja. Das können wir uns ja dann später dann nach Eisen machen. Draus. Juuu, noch so ein Kleppeln. Bei der netter, netter Kiste, da habe ich halt so ein netter Stein reingetan. Da tue ich auch den Glowstone und hier den Glowstone-Block und so rein. Ja. Also alles so ein netter Gedönses halt. Wie gesagt, es passt ja nicht, wie ich meine Kisten aufräume hier. Ja. Ja. Sortieren tue ich sie nachher sowieso nochmal. Ja. Bin ich solide nicht? Nein. Dass sie vernünftig angeordnet sind, die Sachen da drinne. Ach so, du meinst mit den komischen hier dingstens da. Ja. Alles klar. Ich wollte schon sagen. Ich bin doch immer aufgeräumt hier. Übrigens, Jan, bringst du da mal bitte noch einen Lava-Eimer mit, weil ich brauche unbedingt einen Mülleimer. Äh, ja, ich finde hier bestimmt gleich Lava. Gut. Boah, wieso kann man eigentlich einen Notstand von Erde haben? Das geht ja gar nicht. Du kriegst doch alles hin. Ja, ich geh mal aus deinem Haus raus und dreh dich mal ein bisschen rum. Hier ist überall Erde. Ja, ich will aber nicht unsere Stadt da verunschönern. Indem ich die ganze Erde da weg mache. Dann gehst du halt mal 10 Minuten weg und klopst da einen Berg weg. Das kommt da rein. Das, das. Und das. Ähm. Wie tue ich das jetzt hier hin? Wie tue ich das jetzt hier hin? Wie tue ich das jetzt hier hin? Jetzt. So. Okay, das. Ähm. Okay. Das. Aua. Äh, farm oder? Ne, ich bin grad Kisten einräumen. Farm grad Dreck. Hier grade Kochskisten. Aha. Geht ja leider nicht, weil wenn ich Inventory-Treeks reinmache, Crash Minecraft macht. Leute. Wo ist der explodiert? Weil auch im Lager? Echt? Nein. Unschuldig. Äh. Äh. Ja, wie erzählst du es ihnen? Wie bringst du ihnen das jetzt bei? Oha. Er hat so ein symmetrisches Loch da reingehauen, das ist so. Ich will auch mal sehen. Ich würde das Loch lassen. Das ist gar nicht schlimm, eigentlich. So. Nicht wirklich zumindest. So, eine Symmetrie. Oh, jetzt geht auch voll, oder nicht? Ja. Sollte ich ein Bild bei Whatsapp schicken, dann brauchst du nicht extra herkommen. Schnell flicken. Oh, ne? Nein, mir fehlt Holz. Nein. Ähm. Sag mal, voll der Scheiß-Creeper. Das muss mehr Wumms haben. Was ich krass finde, ist, dass der Schaden minimal ist, aber der Bumms ist das. Das Creepersen hat alle Schilder abgemacht. Alle. Nicht schlecht. Das finde ich krass irgendwie, dass der scheinbar irgendwie... Hm. Die Druckwelle so hart ist, dass die Schilder von der Wand fallen. Ja. Genau. Welches Level bist du? Ich? Ja. Genug, warum? Ich frag nur. Wir alle auf einmal... Sobald jemand ein Schwert verzaubert, ist immer irgendwie fast jeder Level 30. Ich bin noch Level 30. Ich bin noch lange nicht Level 30, aber... Oh, ich habe ja keine Diamanten. Ey! Wie viele Herzen? Ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte. Ne, nochmal hauen. Ich bin fast kaputt. Okay. Warte, warte, warte. Warte. Dass wir erst voll werden. Dreieinhalb. Also ich war runter auf zweieinhalb, aber ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte, hätte ich gesagt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, bei acht fällt's Wasser runter, ne? Möglich. Ja. So haben wir es dir vorhin gesagt. Dann fällt es da runter. Eins, zwei, drei, vier, sieben, acht.